Biu-Fan benutzt ihre Spezialfähigkeit Angsthase. Evo! Ich kann's halt. Ich bin ein Evo-Li, ich bin so süß. Ich weiß, wo man sich eigentlich fragt, wie ein Evo-Li eigentlich ein Glas halten kann. Ah, dann hast du das Bild hier eindeutig nicht vergessen. Nein, das hab ich auch gesehen. Du siehst ja alles. Bist du ein Hellseher? Nein, was du alles postest, seh ich ja halt. Auch wenn du von jemand anders markiert wirst, den ich nicht in der F-Liste habe, seh ich es auch. Ah. Ja, alles, was mit Freunden passiert, seh ich alles. Oh nein! Außer halt die Privatnachrichten, ist ja wohl klar. Ja, und ich mach hier mit Absicht mehr Fackeln hin. Nein! Ja! Inventar ist voll. Na, klasse. Und da rennen wir erstmal raus. Und ich sicher hier die Tiere mit Fackeln. Und es sieht schon wie schön ausgekratzen. Da 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 da. Einfach rausrennen. Da 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 da. Wir verspinnen da eh nach ne Weile, die Coppestones. Wenn man die nicht einsammelt. Hast du uns dann schon wieder deine Minenarbeit gemacht? Mein Wald? Deine Minenarbeit. Ja. Hab ich. Ah. Aber das Witzige ist, bei meinen Minenarbeit, ich hab ein Labyrinth gebaut. Oh nein! Nein! Tommy, halt den Rand draußen. Wo ist denn... Da! Aber ich bin immer wieder raus. Ja. Auch wenn du stirbst. Ja. Ups. Ich wollte keinen Block sitzen. Ich wollte was essen. Boah, bloß nicht das Haus zu. Nein! An der Treppe ist es mir passiert. Aha. So. Ich glaube, ich hab ein bisschen übertrieben, wenn ich mit der Familie arbeite. Das kommt schön. Huch. Wie kommt denn der giftige Apfel hier rein? Giftiger Apfel. Äh. Kartoffeln meinte ich. Entschuldigung. Das war ich dann wahrscheinlich. Ich will dich wohl vergiften. Ja. Das machst du ja zu gerne. Bäää. Oh Gott. Hast du alles Sticks aufgebraucht? Nö. Ich hab die Sticks hauptsächlich im Inventar gerade. Oh. Ich brauch eine neue Spitzhacke. Ähm. Ist fast kaputt. Moment. Ich komm gleich. Ich find's schön. So. Danke. Jo. Ich werd mal ein paar Hühnchen schlüpfen lassen. So. So. Dann kommt das und das erstmal da rein. Wir haben noch Samen, die wir einpflanzen können. Ist mir bewusst. Und warum tust du das nicht? Weil ich erstmal die Hühnchen nachschlüpfen lassen will. Weil ich's kann. Mit den Steaks voller Eier. Ja. Du kannst so vieles. Ich hab wieder eine Kiste voll gemacht, die du wieder ausräumen kannst. Oh nein. Du kannst fast dir wieder was zu tun. Entleer dich doch nicht immer bei den Kisten. Ich muss dich doch. Ich bin doch voll. Also zumindest war ich voll. So. Ich bin gleich wieder da. Ich will. Bin gleich wieder da. Ich hol mir nur schnell was zu trinken. Und ich werd hier mal kurz ein bisschen... Und ja, das sind ein bisschen viele Hühnchen. Also die Hühn... Also jetzt haben wir jetzt mal genug Hühntieren. Ähm... Wie lange konntest du mich grad nicht hören? Keine Ahnung. Ich hab nicht auf die Uhr geschaut. Wie bitte? Keine Ahnung. Ich hab nicht aufgepasst. Weil mein Mikro ist auch... Ich hab aus... Ich bin aus Versehen an meinen Mikrofonscheiter gekommen. Ah, und wir haben jetzt... Viele Hühntieren! Lass mich ruhig! Wenn die groß sind, dann können wir hier Hühnerbraten machen. Tim Bries! Ohohoho! Natürlich. Das Ei muss natürlich verschwinden. So, damit nämlich... Okay, die Erde ist wieder normal. Ah, 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 ah! So. Hilfe, ich brenne! Bier. Ich brenne wirklich. Ach, nicht doch. Aber ich habe es überlebt. Wetter so. Oh, so viel Laber und das kann echt auf die Nerven gehen. Äh, nö, 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 nö. So, ja. Hallo Skelett, wo kommst du denn her? So, wo ist die andere Frage? Ach, du weißt sie. Oh, nur ein Pfeil? Okay, besser als nichts. Hm, hm, hm. So. Ich glaube, damit habe ich erstmal alles. Gut, jetzt geht ich ein bisschen scharfe färben. Scharfe färben? Ja. Und du bist diese Farbe. Du bist diese. Ah. Okay. Du willst? Und du willst. Das ist keine. So. Regenbogen scharfe färben. Ja, wir werden Regenbogen scharfe haben. Mhm. Draußen läuft ein Creeper vor unserem Haus. Mhm. Noch ein Creeper. Und da oben ist ein Zombie. Kein Wunder, damit ich bei den Tieren was gehört habe. Greif die doch an. Wir brauchen eigentlich Schießpulver, wenn wir was finden. Du willst ein TNT machen? Kann ja nicht schaden. So lange, dass das Haus noch heil bleibt, habe ich nichts dagegen. Naja. Ich werde Cobblestone auch mitnehmen. Naja, ich habe schon jede Menge Cobblestone gesammelt, also würdest du bestimmt noch welche finden. Jupp. Jupp. Äh. Sivo! Okay, dann werde ich erst mal... Du kannst mich kennen, wie du willst. Aufführen werde ich damit sowieso nicht. Jupp. 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 Ist mir bewusst. Das ist mir bewusst. Und... Du hast die Schaufel auch mal wieder was zu tun hat. Was wirst du denn? Noch ein Skelett? Ach, hier kommt er alle. Ach, hier kommt er alle her. Ist doch kein Wunder. Hier ist eine unentdeckte Stelle. Das ist dann kein Wunder. Ich will hier eine Facke setzen, du scheiß Skelett. Das Skelett sagt nö. Nö. Und noch eine Fledermaus. Yay. Oh, der Skelett hat mir einen Bogen geschenkt. Uh. Jetzt kann ich schießen. Die Halbbarkeit ist ungefähr drei Viertel. Ah. Ja, sechs Pfeile habe ich, kann ich rumschießen. Verstehe. Aber schieß dich nicht ab, okay? Nö, nö. Und ich mache hier alles erstmal in Blöcke, was ich Blöcke machen kann. Und noch mehr Dias. Yo. Das ist ja mal ganz nur auf der Höhe. Ich denke, das geht nur bis zur Höhe 11 anstatt 12. Tja, wenn's kann, dann kann's. Es sind wahrscheinlich auch wieder neu gemacht worden. Jupp. Mann, Feder-Maus, geh mir nicht auf den Sack. Will hier einfach nur in Ruhe meine Kohle abbauen. Da hört ihr jetzt, Leute. Er will seine Kohle abbauen. Kohle, 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 Kohle. wird aber nicht zum zombie eisen 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 kann man gut verschweißen und ich mache sortieren hallo zombie wo hast du dich versteckt gold gold ich werde du wärst was gold 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 ja ich habe gerade sechs stück gefunden ich mache aus sicherheit ein dia schwert wir haben genug ja aber ich habe gesehen wir haben keinen schwert und deshalb machen wir zu sichern ein dia schwert ok da sind noch mehr schwerter damit ich meine werkzeuge ein bisschen nein nicht die reine ist kein schwert kann man aber auch damit angreifen ja aber es ist effektiv wie ein schwert bei 1.1 wurde erwähnt dass es wenn wir schaden bekommen dass wir dann langsamer wieder aufladen bei 1.1 du meinst du wenn man Schang gekriegt hat, dann dauert es länger für die Heilung? Ja. Oh Gott. Spark hat schon einige Sachen von 1.11 präsentiert, deswegen weiß ich das. Verstehe. So, dann werde ich es mir noch... Ähm... Ja. So viel Kohle. Äh, draußen wird es dunkel. Nee, ich gehe nicht raus. Es wird dunkel. Hey, schon wieder ein kompletten Stick Kohle. Yeah, ich spelle die Bäume, weil ich es kann. Wieso, kein Holz mehr da? Na, erstens, ich will die Bäume da erstmal loswerden, um auf Hör zu bauen. Ja, Mio, ist wahnsinnig. Nicht nur du, ich auch. Jo. Aber ich bin auch einfach ein bisschen crazy-hafter, oder? Ja. Haben wir Leder? Nein, wir haben keine Kühe. Äh... Haben wir irgendwo noch... Also, Diamanten haben wir. Haben wir irgendwo noch, ähm... Obsidian? Ja. Außer dem Portal. Irgendwo eine Truhe, meint ich. Ja, wir haben Obsidian. Vier Stück. Wir haben 37. Gut. Ich werde die mal kurz in die große Müllkiste packen. Hallo, Zombie und Creeper. Und das sehr weit unten. So, dann werde ich weiter... Nicht explodieren. Nicht explodieren, bitte. Oh, danke, Baum. Damit du mir einen Apfel schenkst. Die Notch-Effel, die funktionieren nicht mehr. Wie meinst du jetzt? Der schimmert, äh... Es gibt doch zwei Stufen von, äh... Ja. Den goldenen... Ja. Apfel. Die zweite Stufe kann man nicht mehr craften. Oh. Haben sie rausgenommen. Kann man jetzt nur noch finden. Ich schaue hier... Also kann es nur noch die erste Stufe craften. Kuhle oder Eisen? Kuhle oder Eisen? Eisen. Ich schaue hier gerade bei der offiziellen Wiki nach und ja... Hier ist wirklich nur noch ein Apfel zu sehen. Ja, die erste Stufe. Nennt mal... Ich nenn das mal erste Stufe, weil die zweite Stufe mit diamanten, äh... Goldblöcken gekostet hat. Der Notch-Apfel. Da ist ein Setzink eiskalt. Einfach so runtergefallen, damit er selbst bei der Treppe runtergefallen ist. Mhm. Ich bin merkwürdig, aber der ist wirklich bei der Treppe runtergefallen. Mhm. Ja... Ja... Ich helfe mal ein bisschen... den Gestrüpp... So lange ich konnte, habe ich denen geholfen. Ich müsste das noch verändern. Ich baue jetzt ein bisschen mehr ans Haus. Oder... Am Haus... Dran. Komm schon. Den fehlt ja nur noch... Leder für Buch. Also wir brauchen Leder... Wir müssen Kühe und Schweine auf jeden Fall haben. Oh, hallo Enderman. Enderpälen können die schon. Ja, er ruht aber ab. Du sollst nicht abhauen. Selbst stehen. Und ein... Schade. Der hat leider keine... Der hat mir leider keinen gegeben. Dafür hat die Spinne mir Faden und einen Spinnenaugen gegeben. Cool. Fehlen brauchen wir sowieso. Da fehlt dann aber nur noch Schleime. Ja, aber trotzdem. So, ich habe mir jetzt mit hauptsächlich ein paar Späts an Stöcken gemacht. Damit kann ich alle... Mit den Stöckern des Grauens foltern. Höhen. 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 Oh, ich bin Level 8. Oh, ich bin Level 20. Ja, ich meinte nicht bei Minecraft. Ich meinte bei meiner App, da wo ich Geld verdienen kann. Cool. Da bin ich Level 8 gekommen. Ah. Ja, ich lasse das immer, ich habe das Ganze im Hintergrund laufen, dass ich immer weiter Geld verdienen kann. Ich habe ja schon 1,50 erstmal verdient, weil es dauert eine Weile. Hi Zombie. Dass man viel Geld bekommt. Hi Octopus. Oh Gott, sieht das kacke aus, der Tiefstahl eigentlich, wenn ich so von oben schaue. Das ist aber ein Tittenfisch, Oktopusse. Ja, Tittenfisch, Oktopusse ist bei mir einfach dasselbe. Aber der Oktopus kann aber keine Tippe ausspucken. Spinner. Wo willst du so kein Spiel nicht? Der Tiefstahl. Der Tiefstahl. Der Tiefstahl. Der Tiefstahl. Mootusse ist man gebraucht. Oh, so. Äh. Äh. in sieben stunden was bei dem spiel ist in sieben stunden wenn ich erst mal das andere da bin ich nicht so weit wer hat mir gerade angezeigt findet ihnen spiel bräuch mindestens sieben stunden bevor ich nicht die nächsten coins bekomme übrigens ich habe mir mit absicht das goldschwert genommen goldschwert gibt es sehr schnell kaputt ja ich weiß damit es nicht das beste ist jetzt aber wie gesagt ich habe mit absicht genommen weil wenn schon wieder eine spinne ankommt und mich vom haus runter schubsen will und ja so wie ich weiß ist es nicht genauso stark wie heute schwert den soll kaputt gehen ach so warum eigentlich goldschwert werden den eigentlich gemacht der goldschwert ist verzaubert nein normales goldschwert ach so ja und wenn ich weiter in die höhe baue und bald kein dach mehr rein mache dann wird es bald tödlich weil ich jetzt gerade ich weiß wo ich gerade bin wo ich mir einfach eine treppe nach oben dass ich rauskomme ich muss mir koppelstone mitnehmen und ja unser haus wird kurzer jetzt aha ja theoretisch wenn die eine mod einfach so hätten dann könnte ich sogar was für eine mod ich sag ja theoretisch wenn es geht würde ich eine mod drin haben einfach so das anime bike und dann könnte ich keine gefahr mehr haben oder nicht so richtig von gegnern ich habe jetzt irgendwie schon langsam verstanden wie es funktioniert mit server zu erstellen mit mods aber die mods müssen mit den server kompatibel sein weil es gibt mods die sind extra für server gemacht und es gibt mods die sind nur extra für den clean gemacht also für das spiel halt ja verstehe so ich habe mir jetzt genug koppelstone hoffentlich mitgenommen 56 eigentlich reichen höhe 46 fragt mich wie lange ich noch brauche bis grenzen nach oben keine ahnung und das haus wird ja immer schön größer huch währenddessen finde ich erst meine höhle beim hochbauen hey zombie na bald ist so schön da ist mir eine schöne höhle gefunden ähm ist da tatsächlich ein baum unter wasser lol ein baum unter wasser ja so sieht es aus ist ja eigentlich nur die baumkrone also die blätter nämlich einfach so aus dem wasserrahmen ok ja sehe ich gerade vom haus aus ganz oben vielleicht ein buck gewesen beim generieren wahrscheinlich auf jeden fall ist das strange genug auch und der berg ist schon wieder bei mir kaputt sehe ich gerade was ist bei dir kaputt der berg schon wieder ach so die hülle ist ja eine schöne große höhle schon wieder gefunden wo ich eigentlich rausgehen wollte wie wäre es denn wenn du einfach so aus diesen ganzen gängen einen einzigen raum hast nur als beispiel ich bin einfach nur auf der suche auf gold oder naja auf der höhe wo ich gerade bin finde ich ja nur wo Eisen und kohle jetzt nur noch wenn ich so weitermache werde ich bald die wolkengrenze attackieren mhm boah ey so weitermache ich schon wieder einen kompletten stick Eisen und für so einen fall bräuchten wir zwei endertruhen dann kannst du deinen stoff drin legen nämlich ich kann das dann bei mir im lager aussortieren dann aus der tour geht ja nicht was ich da reinpacke kommst du da gar nicht ran äh endertruhen zweier eine stehe nicht im lager haus ja aber du kommst du wenn du die endertruhe öffnest kriegst kommst du doch an die sachen doch gar nicht ran glaubst mir das heißt was man in der endertruhe rennfahrt einfach so kriegt man da komm ich selber nur ran aber nicht du hä ja ok dann kann es sich halt dann gar nicht lohnen doch eher für mich ja ich nehme dann eine truhe mit und den anderen lasse ich da und dann ja ich meine ja so wie ich es eigentlich gedacht habe geht es dann nicht weil ich habe ja gedacht ich nehme dann aus der endertruhe dann raus nämlich und dann sortiere ich den lang ein ohne damit du das alles ja ohne damit zurückgehen muss ja nee das das war natürlich warst du nicht gemeint mit den gestöhnen gerade äh ich ich wollte eigentlich nach oben anstatt nach unten aber hier gibt es so viel zu entdecken doch oh ein villager zombie oh zwei sogar drei sogar oh die könnte man eigentlich prima züchten für ein villagerdorf ja weißt du wie das geht nope das dachte ich mir ich auch nicht ich wollte eigentlich in der richtung da wo sie gerade gekommen sind aber die haben mich gerade auf der anderen seite rüber geschubst ach egal ich komme jetzt einfach hoch egal was kommt das ist mir jetzt wo ist es mir jetzt wo ist es scheiß egal scheiß egal scheiß egal naja ich mache hier total gefährliche action ich will nicht stürzen kapiert mein kopf du bist du bist du ich nein du bist Vielen Dank.